Wenn ich da hingehe. Ah! 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 Sehr gut, Solis. Sehr gut. Geht mir das Screen Tearing auf den Nissen. Ihr seht das nicht, ne? Das Kanonenboot fliegt zu dem Treffpunkt. Wir werden vor uns bei CSS Koffer sein. Seid bitte unten! Hehehehe. Fösch du auf. Vielleicht kann jemand in CSS Basis was damit anfangen. Maybe, baby. Schöne Gegend. Okay. Gucken wir mal weiter. Statt den Fünke. Ach so halt. Jetzt die Lage checken. So, was ist das für ein Gerät? Dieser Nautolaner ein Lichtschwert? Erinnert mich an Meister Fisto. Meister Fisto. Ich habe wieder komische Gedanken, wenn ich das höre. Nix versteckt. Na, da hätte man aber was hin tun können, ne? Leute, Leute, Leute. Ah ja, ich sehe schon. Diesen hier. Oh. Und diesen hier. Und diesen hier. Ta-da. Oh. Ah. Alrighty then. Oh, eine Hand. Große Hand. War das etwa wirklich ein Gesicht, was ich da gesehen habe? Das da. Und das sind die dazugehörige Hand. Oh, nein. Sehe ich das richtig? Ihr habt doch einen Schuss. Muss ja echt zwischen den Säulen hin und her jumpen. Aber wie komme ich da hoch? Na, hier nicht. Oder kann ich hier vorbei? Nein, nein. Du kannst nicht vorbei. Junge, Junge, Junge. Okay. Da geht es in den sicheren Tod. Und da in den unsicheren Tod. Was, RB? Was, RB? Was willst du mir sagen mit RB? Was willst du mir sagen mit RB? Oh. Ich dachte ich komme da hoch. Verdammt. Heidenay. Lass mich. Ach, lass mich. Bevor ich dich besudelpuppe, esse ich erst eine Nudelsuppe. Nee. Da muss ich nicht hochklettern. Nee, nee, nee. Musst du da hinten an das, äh... Ding kommen. Wo ist das? Ah, guck mal hier. Ah, guck mal hier. Entschuldigung. Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Ich war früher auch ein Abenteuer. Was ich war früher auch ein Abenteuer. Ich hab das Gefühl, das Ding geht kaputt. Ja. Komm, kipp um. Oder... Kipp hier um. Ja. Ich war früher auch ein Abenteuer. Doch, wann habe ich... ...einen Pfeil ins Knie bekommen. Hehe. Oh, wann kenne ich denn das? Ist das von Monkey Island? Ich glaube schon, ne? Guybrush. Threeput. Ich kann nicht nach hinten weg springen. Ach, Skyrim. Skyrim. Ja, stimmt. Wie hieß das? Weißfels... ...in der Stadt. Was will der von mir? Wat, wat, wat? Warum springt der nicht ab? Komm, spring doch. Okay, dann hol ich mir mal den... ...stock hier. Jede Stadtfahrt. Tadam! Da war wieder Viecher. Ja, sagst du? Dann gehen wir mal gucken, was hier so abgeht. Gemeinschaftsplatz. Okay. Noch irgendwas zu looten? Oh. Rutschparty. War was versteckt? Nee. Okay. Da, okay. Aller hier oben ist so warm, ne? Unten ging's noch. Da war ein bisschen Durchzug. Aber hier oben steht die Luft. Obwohl ich ein Fenster offen hab. Das ist schon, äh... was anderes, sag ich mal. Klettern. Hello. Ich höre Dinge. Aber ich sehe keine Dinge. Da. Ach, scheiß auf die Werkbank. Schnickschnack. Da unten steht wieder welche. So, hier erstmal. Abkürzung frei. Hattie. Okay. Schleichen wir uns mal an. Den, 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 der, den. Ich kann doch auch. Kann die schleichen? Da war doch was. Feind nähert sich. Bin dabei. Ein Lichtschmerz kann mal eines bedeuten. Kann mal eines bedeuten. Aber ich weiß es nicht. Flammenwerfer sind fies. Oh, hier ist ein Punkt. Keine Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Halt die Augen offen. Früher oder später wird jemand kommen, um diesen Speeder zu holen. Und halte jede Person fest, die hier vorbeikommt. Verstanden. So, sehe ich... Guck mal, da hinten ist auch was. Ja, vielleicht kommen wir da noch hin. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Lass uns hier eine Pause machen. Genau. Gucken wir uns mal ein paar Fähigkeitspunkte an. Zwei an der Zahl. So, Dallee. Ähm. Ich glaube, wir gehen aufs Schwert. Ist gerade in Star Wars Random ein Erfolg geschafft? Aha. Das ist das, weil... Da steht ja immer... Ähm. Was weiß ich. Spielen sie das Spiel weiter, um diesen Erfolg freizuschalten? Also die geheimen Erfolge. Hehe. Die ja jetzt endlich nicht mehr geheim sind. Bin ich froh drum. So, hier. Doppelklinge. Das ist meins. Abwehrstoß. Mehrfach Reflexion. Halte LB unmittelbar, bevor Blasterschüsse auftreffen, um sie auf nahe Ziele zu reflektieren. Ja. Das ist... Brauchen wir eigentlich jetzt noch nicht so unbedingt, würde ich mal sagen. Kanonenschuss. Kanonenschuss. Sturm-Hebhalte X. Nach einem normalen Angriff, um einen mächtigen Schwung über Kopf auszuführen. Was ist denn mit Einzelschwerter? Das könnten wir eigentlich auch mal wieder benutzen. Oder hier zwei Schwerter. Haben wir noch gar nichts, ne? Ja, bauen wir da mal auf. Mein, äh... Ach, das hat nur einen gekostet. Ja, cool. Ah, ja. Verzögere... Verzögere die Eingabe von X, um mehrere schnelle gezielte Schläge auszuführen. Ja. Oh. Warte, haben wir noch nicht. Kostet zwei, der kostet nur eins. Ja, nehmen wir mal mit hier. Ah. Okay. Ich dachte, es wäre was anderes. Aber mag der Nächse. So. Eiter geht's. Guck ich da wieder hoch? Ne, muss ich nicht. Ja. Geh mal ein bisschen die Gegend erkunden hier. Hey, 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 hey. 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 Das ist voll angeschwebt. Oder ihr, wenn ihr so weitermacht, ihr löst, paddelt. Ihr werdet ja genauso gut, Ganaten, wie ihr Blasterschüsse abschießen könnt. Kommst du her zu mir. Ach hier, unsere Freundin. Wäre immer so heiß, heiß, heiß. Gehiesen halt. Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Kerl Kerstes. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorn. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt gebraucht. Leid? Versuch, Schritt zu halten, wie ihr geht. Mit Feuer spielt man nicht. Was? RB und X. Ich bitte Marien ein, um sie gegen anzugalten. Da kommen noch mehr. Erledigen wegen gemeinsam. Ich bin bei dir, Jedi. Funktioniert. Da-dum. Du hast neue Tricks gelernt. Schönes Ballett. Okay. Holen wir uns den Gleiter. Lady. Hallo. Siehst du was brauchbares? Das Ding zeigt mir sonderbar. Aha. Ich hab ein Kletterkabel. Siehst du was zum festmachen? Wie ist das? Ja. Hat was. Halt. Erstmal. Nach Loot gucken. Da oben glänzt doch was. Ich sehe es doch genau. Ja. Das könnte klappen. Äh. Nur wie. So. Okay. Warte mal. Ich dachte du reist durch die Galaxies. Was machst du auf Jeddah? Jeddah ist ein Teil der Galaxies. Kerl. Gut zu wissen. Ich besuche es hier von Zeit zu Zeit. Wo sie rechten. Da zu rechten. Vielleicht kann jemand in CS Basis was damit anfangen. Wir müssen auf die andere Seite. Ja. Wie ist es hier? Ich gehe zur Nähe. Die Call me der Wanderer. Yeah, der Wanderer. Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Ja. Wie geht es? ein stimmst wieder auf ich auch schon so oft gehört herr der ringe das müsste herr der ringe sein oder herr jetzt ja ein gerinsel sturmtruppen wir sollten sie umgehen und von oben angreifen das hört sich gut an das sieht geil aus also wenn der jetzt beim starten das spiel nichts verändert hat dann ist hier alles auf ultra und die grafikkarte läuft auf 65 prozent dachte ich erwähnt mal ich habe vor ein paar tagen bei dem feiertag wahrscheinlich der neunte dann habe ich mal resident evil 3 gestartet und alles rein geobst was geht grafik mäßig da war die karte gab es zu drei oder 32 prozent ausgelastet also das sollten wir auch mal im auge behalten zum stream ich habe nur mal kurz reingeschaut richtig du gehst vor kerl alles zwei jahre war das am ende letzten jahres habe ich das mal kurz mal kurz durchgespielt niemals so bevor wir aber weg speeden erstmal gucken ob wir noch was looten können dafür sind wir ja hier ok let's go geht's dir gut ja mir schon nur meinem speeder nicht auch wenn sich der sturm gelegt hat ist jetzt so weit weg um zu fuß zu gehen es hat sich ausgespeedert genau fliegen hast du noch nicht gelernt da kannst du es sehen ja aha aha bitte egal wo ich hinging mein boss war schon dort boah sicher das war ein witz wieder nix zum looten auch leute ich loote doch so gerne durch die spalte du steckst doch nicht fest aha außer dialogzeilen könnte man auch was anderes basteln ich mach dir gleich auf mädchen erstmal gucken hier oh da ist nix okay ups war ich das etwa alter du bist du nicht umbringen tut mir leid ich dachte es ist okay bleib zurück ich mach das was machst du da ich stelle das muster wieder her dass du ins chaos gestoßen hast alter die physik berechnung ne denk mal 20 jahre zurück du hast du eine pause der sturm kommt ich ruhe mich aus wenn wir in cs basis sind hast du das gelernt bei den 3d benchmarks da gab es dann auch solche szenen wo dann einzelne blöcke bewegt wurden ich glaube 3d mark 99 oder so war das das ging so mit fünf bildern pro sekunde mit drei teilen oder so und heutzutage abartig was da ein sprung passiert ist ich kann es ja gar nicht glauben dass hier nichts versteckt ist was durch gespielt haben ist wieder jede menge äh ich kann es ja gar nicht glauben dass hier nichts versteckt ist zu sehen was echo kurz speichern wir hätten diese reise niemals antreten sollen mögen die jedi uns beschützen halten wir einen moment an kurz speichern so jetzt müssen wir nochmal gucken noch nicht versuche weiter kontakt herzustellen ihr wollt da lang wenn immer du bereit bist ja 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 dann lassen wir erstmal hier gucken aha vielleicht kann jemand in cs basis was damit anfangen ok der rückweg die 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 vor ich war das noch mit den schildern machen wir doch so ich habe ein fähigkeitspunkt kannst du dich darum kümmern natürlich sie treffen uns auf der anderen seite dann schießt auf das paddel die wissen doch wie die jedis agieren und doch gute arbeit bb gut job okay noch fragen kurz die lage checken alles okay alles okay in bad und wc ich weiß sie nennen mich den wüsten geist wüsten geist imperiale heim zu suchen ist sowas wie ein hobby vielleicht kann jemand ins basis was damit anfangen kiste kiste ok geh mal runter wo ist die kiste da oben muss natürlich mitnehmen gut und da cut noch mal geschalten bad so das müssen wir jetzt wohl da lang es muss eine ewigkeit gedauert haben diesen ort zu bauen und jetzt sind die erbauer fahrt ich bin bei meinen reisen auf die überreste vieler zivilisationen gestoßen alles verfällt nicht alles ich habe die erbauer er ist heutzutage selten in der galaxis und wird für eine warte mal eine etage tief ne da waren wir eben ok nicht dass wir nur loot verpassen ich sehe dich oh ok ich bin der kreis und die neu oh 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 sehen wir uns das mal an sie sehen aus wie jedi sie sagt jeda war einst die heimat von vielen die deinesgleichen verehrten vielleicht waren sie es meinesgleichen meinesgleichen ok sonst gibt es ja nichts und nu da ist die oase jetzt ist es nicht mehr weit ja jetzt ist es nicht mehr weit kiste muss nur noch den weg finden so von hier kamen wir nicht mehr ah weißt du wer das war ich nicht aber sieh vielleicht bd sieht ja aus wie kal früher bist du gerne geklettert es ist nützlich wenn das ein witz war hoffe ich dass du abstürzt die rache wird mein sein die rache wird mein sein das wird sich stoppen leert euch den ziel der sturm kommt näher wir bleiben in seers basis sie liegt versteckt vor dem imperium im wüstenhochland aktivieren aber erst aber erst nicht mehr